hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge stardio valley ja ich war doch überrascht dass das so viel geld gebracht hat dieses ganze gelie und so weiter das heißt wir werden im endeffekt senfkohl eingelegt wir werden im endeffekt jetzt mal zu sehen das war immer direkt das verkaufen denn das bringt doch wohl einiges blumenkohl hat nur gesagt das bringt am meisten mit 400 so kann natürlich auch sein dass das jedes mal anders ist blumenkohl wieder rein das kann hier wieder rein dann werden wir die gießkanne auch auf so viel geld haben wir nicht okay dann lassen also komplett hier ja gehen wir doch mal gucken ich denke mal wir sind noch ein bisschen früher gehen wir zu fuß sammeln unterwegs noch mal ein blümchen silberner krokus ok ich denke mal hier ist noch zu 9 bis 16 uhr jawohl dann gehen wir in der zwischenzeit noch mal eben gucken darüber noch mal eben gucken was hier der kalender sagt ich denke mal wir sind da ganz einfach irgendwie weiß ich nicht festes winter sterns das ist 9 uhr jetzt können wir aber na toll das hätte ich mal früher wissen müssen wenn man mich gleich morgens früh in die mine gegangen dann machen wir das jetzt geister kristall habe ich hier noch drin oder sollten wir dann mal durch gucken aber jetzt erst mal auf ebene 70 das ist das ist das ist Ok Was auch immer das war. Hmm. Ah. Okay, haben wir schon mal. Gefrorene Träne. Hmm. Okay. Thermalstiefel. Das gucken wir uns doch mal an. Zwei Verteidigung, eins Immunität. Eins Verteidigung, zwei Immunität. Hmm. Ich denke mal die Verteidigung bringt uns erstmal mehr. Tja, irgendwie. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, da sind so viele von denen. Ist das schlimm? Okay. Okay. Okay, wir sind auf der 75 angekommen. Ja, später mal 17.40 Uhr. Okay. 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 jade das kann man vielleicht verkaufen das ist jetzt aber mehr als eigenartig da ist ja da kommt man runter das ist die frage gehen war unter erforschen weiter ist es 19 uhr oder gehen wir direkt nach hause und gehen ins bett verkaufen den kram morgen ja ich denke mal das macht sinn wir nehmen natürlich das wird wir nehmen das mit wir nehmen das und das mit wir nehmen dass das das und das mit und natürlich das zu essen brauchen wir nichts mitnehmen dass das nicht besser hier das holz kann man auch mit die meister schleuder ja stein haben wir hier noch und die stachel palme nehmen wir auch mit oder haben wir jetzt noch einiges was wir verkaufen können wir gehen mal eben raus gucken mal noch ein krokus dazu das weg doch die schleuder kann man nicht verkaufen das verkaufen war schleim verkaufen war warum können wir die schleuder nicht verkaufen knochenschwert 20 bis 30 und 4 geschwindigkeit ja aber nur 10 bis 20 schaden das das ding bringt doch nichts ok gehen wir wieder in die mine rein und nehmen die bahn nach hause zur haltestelle genau so gefrorene träne amittist meister schleuder und schleuder das 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 nehmen wir nämlich mit hier haben wir noch vier eier haben wir ganz vergessen so das behalten wir das setzen wir hierher das und das wird verkauft das machen wir noch eben so die eier verarbeiten wir natürlich so das weg gut und sonst noch was ja sonst noch was wollte ich die ganze zeit schon machen kohle gold reicht noch nicht aber kupfer reicht und wo ist eisenerz da wir machen erstmal kupfer so so ja fünf mal können wir das noch machen aber ich denke doch ist schon fertig das geht ja richtig schnell das geht ja richtig schnell ok weil dann haben wir das aus dem inventar raus und haben die blöcke denn die werden wir irgendwann brauchen andersrum war da nicht irgendwas dass wir kupfer gebraucht haben moment mal aber äußern eisensiv so eisensiv 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 Da haben wir Einmachgefäß, Kohlebrennofen, Einmachgefäß sollten wir vielleicht noch mal ein paar dazu machen. Schotterfahrt, Holzfahrt, Mülliräge, ein Totem, die Treppe, Wilde Saat, Wilde Saat. Lebenselixier, Robuster Ring, Krieger Ring, da ist nichts Besonderes bei. Also können wir sie komplett einschmelzen. Ah, was ich eben geguckt hatte, was war das? Mayonnaise Maschine, Einmach, Holz und Stein brauchen wir noch. Das da rein, Holz und Stein. So. Okay. Ob ich da nichts wieder reinge... Och, ich trolle, hab da nichts reingepackt. So, das heißt, zweimal... Ah, die können wir schon mal mitnehmen. Das packen wir rein. Das rein. So, das weg, das weg. Und Eisen. Aber Eisen dauert halt länger. Ja, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist jetzt Blumenkohl. Weil das bringt richtig Geld. Und im Winter an Geld zu kommen, ist ja eben nicht so ganz so einfach. Hier kann man schon mal das Eisen reinpacken. Gut. Falscher. Der und der. Kann man noch nicht. Okay. Ja, dann denke ich mal, sollten wir mal... Es ist 0.30 Uhr. Sollten wir mal eine Runde schlafen. Bevor wir hier wieder umfallen und das behalten wir. Ne, das schaffen wir noch. Schnell die Mayonnaise noch damit rein. Zack, das weg. Na, komm, geh rein da. Kupfer auspacken. Weil das brauchen wir morgen früh nicht. So, und ab ins Bett. Ja. So, das sieht doch gut aus. Ja, Hofarbeit. Mayonnaise 2x380. Und Senfkohl 210. Da hat man wahrscheinlich mehrere. So, der Krokus 82 und die Stichpalme 120. Macht nix. 792. So, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das aber nicht. Bis dann. Tschüss. Bis dann.